Der Draht verläuft zu den Gebäuden auf dem Hügel. Sehen wir mal in den Hütten auf dem Hügel nach. In dem Augenblick wollte ich es gerade sagen. Wir müssen nur außen rum. Das heißt, wir können da nicht abkürzen. Das heißt, wir laufen doch bestimmt wieder in irgendeiner Falle, oder? Es kommen mehr! Keine Falle, aber eine Art Hinterhaltung. Ui! Es kommen mehr! Ach, da gibt es... Warte mal, da gibt es diese Dinger. Warte mal, komm her. Wenn da der erste Große kommt. Das war sehr gut. Wollen die mal zu uns kommen, ne? Alex, in Deckung. Ja, komm, das mit der Falle war jetzt echt offensichtlich, oder? Also, ich meine vom Programmierer, ne? Dass man hier nicht einfach nur so drüber geht und so. Dass hier noch Action kommen musste. Was? Was? Oh, der Lähm. Komm. Vielleicht kann ich die Schilde deaktivieren, um dich näher an den Reaktor zu lassen. Ja, das wär doch ein... Okay, ich kann sie von hier öffnen, aber ich werde nicht mit ihr reingehen können. Los geht's. Okay, die kann was öffnen, aber darf nicht mit rein. Ja, und du? Mach wieder auf, das Ding hier. Und tschüss. Wie? Ach, ich dachte, die haut jetzt ab. Ich hab jetzt gedacht, ich hätte die Seite gewechselt, wenn ich sag so und tschüss. Gut, dann... Irgendwie da rüber, ne? Heißt... Bestimmt was basteln hier. So, rüber, ne? Okay. Ja. Da ist ein Loch. Die kann ich nicht benutzen. So. Wie stapeln wir euch denn? Aber das reicht nicht. Warte, 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 warte. jetzt nicht umkippen. Ja, 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 nein, nein, nein. Bleib stabil. Komm da nicht, Rops. Ja, jetzt. Nein. Ach, Mann. Das ist doch scheiße. Ne, ne. Okay. Ja, gut. Jetzt. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, ne? Warte mal. Da ist was. Hallo, Krabbler. Ja, guck. Guck, ich Brottenbastel gar nicht. Ich komme auch so hier rein. Ach, Mann. Ja, okay. Dann haben wir das auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, und dann jetzt raus mit dem Ding. Ähm. Ich kann... Warte mal, kann ich das... Nee, ich kann das nicht fangen. Ach. Okay. Jetzt muss ich das auch noch timen, oder wie? Ja. 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 Ich gehe von aus, ne? Wollen wir das, dass das die letzten Combine bis White Forest waren? Okay, ich das wieder aufstellen. Oh ja. Das könnte ich wieder aufstellen. Hm. Das wird wieder funktionieren. Warte mal. Ah. Nee, von da kann jetzt, glaube ich, keiner mehr kommen, oder? Ich stelle es mal sicherheitshalber auf. Wohl nicht. Ich kann den noch mitnehmen. Warte mal. Ich kann den mitnehmen. Oh, da schießt er jetzt auf Alex. Dann natürlich nicht. Ich nimm den mit. Jetzt kann ich doch bestimmt hier runterhopsen, ne? Ja. Ich hab hier was zu fies. Okay, muss ich aber in die andere Richtung. Nein! Alex, geh weg. Da ist was Böses. Gut. Das heißt, wir haben alle Sachen. Hm, da ist noch... Ne, das hab ich schon. Das wäre Leben gewesen. Ne, da ist auch nix mehr. Komm. Alex. Alex, wir können. Immer rüber die Motorhaube, natürlich. Hier ist 30. Hier, ja gut, okay. Ja, wenn das vorgesehen ist. Alex, die nicht vorhandenen Sicherheitsgurte anklemmen. Gut, dann gehen wir mal eine Runde fliegen. Komm, das war doch klar, oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare, wer hat damit gerechnet, dass ich hier auf jeden Fall anhalte, um die Kisten kaputt zu machen. Müsste doch jeder von euch gewesen sein, oder? Ähm, so. Aua. Jo. Das heißt immer, ich bin hier falsch. Ach, das ist doch viel. Wenn die sagt, ich bleib hier, dann heißt das immer, ich hätte noch weiterfahren müssen, dürfen, können, sollen. Müsste ich mal so eine Art Hundepfeife geben. Immer wenn ich sag, komm mit, komm zum Wettbewerden, ich blande da. Vor allem höre ich wieder so ein Fliegen, das ist nach vorne. Da, open. Okay. Haben wir da mal eine Markierung gemacht, plus einen Stein hingelegt und einen Pfeil nach oben. Ja. Ja. Damit haben wir alles. Kiste schaukelt leise im Wind. Und hier unten. Nö. In zwei Kisten plus dieses eine Zusatzdingen. Jo, wir haben alles. Aber schwieriges Rätsel. Das ist mal jetzt mal schwierig. Ich fahre extra mal langsamer jetzt. Es kommt bestimmt eine Ladesequenz. Das klingt nicht gut. Hm. Du sagst. Kann ich im Auto warten? Naja, im Moment wüsste ich nicht, wo wir weiter herfahren. Warte mal, oder? Ach doch, hier. Nee. Okay, dann komme ich wieder ins Auto. Das ist zu offensichtlich. Also, dass Alex an der Sache kann ich im Auto warten. Das heißt, es gibt einen Weg, mit dem Auto vorbeizufahren. So, rechts, links. Rechts ist zu. Links. Oh. Ja, meinst du nicht? Wir wollen besser ein bisschen fahren? Auf jeden Fall einer, der fliegende Dinge da vom Himmel geholt. Ich hätte fast nicht verstanden können, äh, verstanden, was sie gesagt hat. Äh. Und strider. Hier, wir wollen das. Aber das kann ich nicht mehr. Was? Das? Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Schax. Der Letzte hat mich gehalten, aber ich glaube, ich bräuchte gar nicht, ne? Ist das in Ordnung? Mach auf, Dog. Bitte. Boi. Voll süß. Funktioniert doch alles? Gut. Alles okay. Danke für die Hilfe. Wir haben auf euch gewartet. Folgt einfach dem Fluss dann die andere Seite auf. White Forest liegt direkt auf dem Weg. Seht ihr sofort? Alles klar. Nochmals danke. Okay. Auf geht's. Ja. Gut. Das heißt, ich hätte mir die Granaten sparen können, die ich da investiert habe. Aber gut. Sicher ist sicher, ne? Ich will da hoch. Möchte. Los. Komm da nicht hoch. Ich möchte da oben noch gucken, ob da ein Loot für mich ist. Vor allem das hat auch, hä? Soll ich ihn jetzt langfahren? Jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt. Schmeißt mich doch wieder irgendwo hin? Ach, der schmeißt sich mit Auto wieder da hoch, ne? Oder? Ach ne, das Ding packt er weg. Okay. Der kann aber auch einiges bewegen, ne? Daumen hoch. So ist's gut, Doc. Los, Doc. Wer ist zuerst an der Basis? Ha, na los, Gordon. Ja, komm, mach mal das Rennen direkt mit. Komm. Oh, ach da, ne. Er kennt den Weg, das ist fies. Ich hab Schwierigkeiten, wenn ich ihn einhole, dass ich ihn vielleicht erwische. Sie freut sich. Ja, klar. Gut gemacht, Doc. Lass sie durch. Danke. Wir dachten, dass ihr in der Nähe seid, als Doc so losrannte. Ich hab mich wirklich noch nie so gefreut, ihn zu sehen. Voila, Gordon. White Forest. Geschafft. Endlich sicher. Sag doch sowas nicht. Endlich sicher. Kommt bestimmt noch irgendwas. Warte mal, hier. Wir haben die gerade runtergeguckt, oder? Moin. Moin. Ich guck nur. Keine Sorge, ich hab keine Gefahr mitgebracht und keine Gefahr gesehen. Guck mich wieder um, bevor ich denn offensichtlich nenne. Beweilen wir uns. Magnussen bekommt die Krise, wenn er denkt, wir haben gebummelt. Ja, ja, ich bin da schon drin, ich bin da schon drin. Hä? Wer hat da guten Tag gesagt? Ey. 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 Ey.